Herzlich Willkommen zu diesem Video, und zwar, ja, wollte das nur ein kleines Infovideo sein, zwecks Need for Speed Porsche, und zwar habe ich das jetzt hier hinbekommen, dass man das mit DG Voodooz ans Laufen bringt, mit 3dfx, was irgendwie doch deutlich besser zu sein scheint als diese Geschichte mit N-Glide, und ja, ich hoffe auf mehr Stabilität und dass es sich natürlich auch rucken lässt, und ja, und dann wollen wir mal sehen, Wermutstropfen ist halt, ich muss das Spiel von vorne anfangen, aber naja gut, damit kommen wir wohl zurecht. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein, und ja, bis dann. Ja. Ja.